Do you really wanna cross the line right now? Go ahead and try to take what's my time! Let it go! Man, die Wartezeit sind hier echt die schlimmsten. Hier komm ich nie wieder her. Hallo? Bin ich mal... Was ist das denn? Kein Schwein hier! Warum warte ich dann? Saftladen! Komm ich nie wieder her! Lass dich nicht aufhalten! Pfff! Und ich warte hier seit Stunden! Willkommen zurück bei Pokémon Feuerroten Aslock! Shadow am Mikrofon, der leicht angepisst ist, weil sich ja hier keiner... Entwicklungsabteilung... Hm... Hallöschön! Die Geschichte stand voll mehr! Ist Erika nicht süß? Aber Mystik mag ich auch gerne! Und nicht zu vergessen... Sabrina! Okay... Okay... Uh... What's your story? Ich bin der Trafster! Ich habe... Dies alles gezeichnet! Gezeichnet! All this! Really! Was hast du benutzt? Paint? Ach... Alright... Ich bin der Programmierer! Okay... Gefällt dir das Spiel? Ich habe das Spiel gestaltet! Auch wenn es ja mühsam ist, den Poké X zu erstellen! Gib nicht auf! Zeig ihn mir! In der Kuppel... Haha! Ja! About that! Ähm... Well, ähm... It's kind of an Aslock thing where you can catch one Pokémon each robot... Hm! Pipe! Ja! Ähm... Is nix! Geh ich halt wieder runter... Wapp! Runter! Was steht hier? Manager Sweet! Too sweet! Was treibst du hier? Ah! Ja meine Zunge! Die letzte alte Dame in der Wille gab mir Tee! Aber er war kochen heiß! Ich muss den Energie lassen, ehe ich ihn trinke! Äh... Okay! Dann ähm... Tu das! Ich glaube ich gehe erstmal ins Pokémon Center... Einfach nur weil äh... Auf dem Zettelarscher, den ich für den Einspiel-Gag hier gebraucht habe... Ja! Deine Pokémon sind jetzt wieder fit! Kommt doch jederzeit wieder! Und äh... Ne... Blutfähig wärst du Joy-Standardsätze! Ne? Tönle! 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 Das war der falsche Character... Okay! Ahhhh... Smell of money! Hallo! Ich bin für den Poster, oder? Ich muss. Ich muss. Was? Ja. Wenn du meinst, dann immer wenn du musst, dann muss. Oh, ich hab Angst. Ich zünde dir an. Du Ratte. Brav. Ja. Der gute Sabunov, der einfach nicht entwickelt wird. Er bleibt ein Mauzi für immer. Auch wenn ich einen ganz gerne als Nubilikat hätte. Ist auch ein schönes Pokémon. Eines Tages vielleicht. Eines Tages. Mist. Ja. Was los? Ich muss dem BOSS sagen, dass unser Versteck entdeckt werden könnte. Hey, where did you go? Oh. Hm. Der eine Typ hat gesagt, ich soll das Poster in der Spielhalle ignorieren. Das soll kein Schalter sein. Hm. Hm. Mist. Oh well. Seltsam. Ja, der Poster ist ein Schalter. Oh well. Team Rocket HQ. Don't mind me. Okay. Fluchtzeil. Ähm. Es sind nur komplizierte Worte und Zahlen, die keinen Sinn ergeben. Okay. Ja. Ne, äh. Weiter machen. Okay. Hier ist auch nichts. Hm, 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 hm. T-t-t-t-t-t-t. Äh. Entschuldigung. Wie kommst du hier her? Ähm. Durch die Treppe. Äh. Durch die Treppe vor allem. Los, K-19. 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 Ah. Nochmal Flammenrat. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Macholo. Für le Macholo schicken wir le Emil. Gibt's erstmal ne schöne Flügelschelle. Autsch. Geschlagen. Ja. Sag ich doch. Geflügelschelle. Willst du dich mit dem Team Rocket anlegen? What? Just it. Ah, hier kommt man ja gar nicht weiter. Äh. Bau, blau mit vielen Diagrammen und Texten. Blark. Komm hier. Äh. Blaupausen mit vielen Diagrammen. Blark. Gut. Quatsch ich mal mit dem anderen Typen. Entschuldigung. Ich habe eine Frage. Du hast Mut hier her anzuplatzen. Danke. So. Wanna play? Hm. Ich kann nicht mitbekommen, dass Sabo noch wieder was eingesammelt hat. Ich glaube, Mrs. Death sollte ich auch mal wieder ins Team holen. Weil Poissika hat ja jetzt ihren Dienst eigentlich getan. Da sinds du... Pflösch! Großer Hauer beißt nur mickrig zu. Dafür täckel ich dich in die Ecke. Nächste. Noch ein Rottikorn. Nja. Brecht ja nicht so viel, wa? Jetzt willst du meine Verteidigung senken. Hättest du eher machen sollen. Idiot. Ja, du hast versagt. You lose. You suck. Und sage mit Graubeln voll du Rotzbein. Ja, ja, whatever. Dieser Musikumschwung. Ich entschuldige mich fürs Grässliche mit... Singen und Summen kann man das ja nicht nennen. So, damit wir das auch mal wieder haben. Am jederzeit vorbei. Natürlich mache ich das. Da nehmen wir einmal... Misch ich... ...durch. Zack. Ähm... Nein, jetzt geht ein. Wir sind ja noch hier, wen tauschen. Hm... Nä. Ich glaube nicht. das war wir ja erstmal was hast du denn noch ein ap plus so gut die pause ist nicht mehr ich würde sagen dann schicken wir mal mrs death voran und der guten war bewahrt wird definitiv ein blitzer werden aber ich mag den ich mag den avatar für den evoli noch wird doch eine weile zu bleiben hauptsache der krepiert uns nicht so scheiße roketa kuh hallo der muss sagt dass sysko macht geister sichtbar du kleines blaues etwas ich großes blaues etwas das war völlig übertreiben komm das hältst du aus das hältst du aus das hältst we both know you would never hold this schmuggern ach ja bye wirklich jetzt warum willst du jetzt den überblick erlernen das macht absolut keinen sinn eat this dragon rage wenn ich solche attacken sehe ich habe sofort ronda flashbacks alter ich komme immer noch nicht drüber hinweg das war mehrere level über diesen fiech voll geheilt ja rest in peace ronda ja you won't be missed das nennst du ein bis das ist ein bis stopp ich ergebe mich stopp ich ergebe mich so mr dev darauf erstmal eine limonade jam 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 lecker schönes ding so dass die rocket hock wurde die hat vier untergeschossen du findest den boss niemals let me guess er ist im vierten untergeschoss oh oh noch mal noch mal noch mal okay we hui ich bin schwierig toll verschiedenen farbigen lichter ein monstein klasse verhöhner ist das der uli der uli verhöhnis ich drehe aber weiter meine runden wääh nicht wääh ah ja mist die ätzend muss das denn sein schnell der boss will die sprechen der ist da und da ok scheiß wie komme ich jetzt da hin man kommt da mit so einem fetten drehwurm so komplizierte worte und zahlen ja ja was willst du überhaupt hier zum beispiel da in der radfurt vielleicht etwas zurecht stutzen norm next norm norm Au Au Da oben Hältst dich hartnäckig Muss ich dir sagen Next Warum haben die nur Radikals? Ja der Hyperzahn hatte schon Ein bisschen mehr Biss Naja Du beißt trotzdem ins Gras Mein Gott Besitzt du auch andere Pokémon? Nein gut Jetzt besitzt du gar keins mehr Das kann nicht funktionieren Ja Ja Tadadadam Auch ein bisschen Limonade Ja Okay okay ich packe aus Benutze den Aufzug zum Boss I will Hyperdrank Sehr schön Hallo Bist du der Boss? Alarm Eintrigenlinge Ich bin nur einer Ein Zahl Eintrigenling Und nein Mein Name ist nicht Ling Heißt das vielleicht deswegen so? Dass irgendwann ein Ling irgendwo eingedrungen ist Deswegen ist es Eintrigenling Ich höre die Face Pops und diese Schmerzen bis hierher Genau wie dieses Slimer jetzt die Schmerzen spürt Naja wobei Es spürt nichts mehr Es ist tot Dieses Smoghorn sieht echt bekifft aus Don't Why Du Sackfalte Äh Wen schick ich denn da jetzt? Komm Semino Einmal Biss Und doch mal Biss Ciao Verfüllen Ich kann die Ede stoppen Niemand kann die stoppen Gegen Gift Das ist so Ich weiß nicht wovon du redest Noch nie davon gehört Aufzug Hier braucht man einen Öffner Okay Welcher von euch Pissern hat den Öffner? Okay wo ist der Öffner? Wo ist der Öffner? Seufzt Halt Du Ach hier geht's auch noch weiter Hallo Wir hörten schon Dass du im Anmarsch bist Arsch Oh Ein Macholo Da darf doch Emil wieder ran Tü 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 Energiefokus Brägt ja nix Bei Volltreffer Als nix Nein Passt alles Wunderbar Dafür gibt es noch mal eine Geflügelschelle Glückliche Flügelschellen Von einem glücklichen Emil Geh ruhig weiter Du benötigst den Lift öffner Und der fehlt dir Frustration Was ist das für eine Maschine? Es ist besser Nicht daran herumzuspielen So eine habe ich auch in der Hose Hat meine Mama auch immer gesagt Dass ich da nicht vor allem drum spielen soll Was haben wir hier? Uh, ist auch eine Bobbe Nice Ähm Das ist ja doof Ich muss jetzt wieder Da hin Jetzt wieder da hin Da hin Ähm Das ist tutaj hin Das ist tutaj hin Ähm Da hin Halt dich aus, die braucht es angenehm raus Ja, 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 ja Niemals ja einmal bis ist das sachte ganz sachte gut komm und bis und bis und tickel und tickel und bis finde ich gut komm schön die arbeit schläft nie ich bin am boden ich glaube es wird auch langsamer zeit die folge zu beenden und ich setze mich hier an diesem laptop an diesem laptop genau so ich spiele noch ein bisschen an dem laptop rum schau mir ein paar katzen videos an und in der nächsten folge knüpfen uns den boss vor danke fürs dabei sein bye 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 abonni 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 Vielen Dank.